Es ist natürlich eine kampfstarke Mannschaft, das hat man, denke ich, gerade gegen Niederkussen gesehen. Aber ich denke, dass auch genügend Sachen sind, wo wir ihnen weh tun können. Und darauf werden wir uns vorbereiten die Woche, ohne jetzt auch genau was dazu erzählen zu wollen. Nordderby ist ja an sich schon ein besonderes Spiel, aber jetzt aufgrund dieser Konstellation beide Mannschaften unten drin. Herr Zinbauer hat schon gesagt, der Rase muss brennen, Stadion muss wieder zu einer Festung werden. Nochmal ein etwas besondereres Spiel? Ja, Nordderby ist immer besonders, ganz klar. Egal, wie die Tabellensituation ist, natürlich ist eine gewisse Brisanz dadurch nochmal extra drin. Aber es gibt für uns auch nur drei Punkte zu holen, die wir unbedingt haben wollen. Und deswegen werden wir uns gut darauf vorbereiten. Was ist, wenn die ja doch positive Serie von Werder gegen Hamburg reißt? Wie gehen Sie dann damit um mit einem eventuellen Rückschlag? Dann werden wir uns gut auf das nächste Spiel vorbereiten und da wieder versuchen zu gewinnen. Weil davon geht die Welt auch nicht unter, wenn wir mal wieder verlieren. Ich denke nicht, dass wir jetzt die restlichen Spiele alle gewinnen werden. Aber wir gehen in jedes Spiel so rein, als dass wir es gewinnen wollen. Und ja, daran müssen wir glauben. Und dann werden wir sehen, dass es dabei rauskommt. Aber an die Niederlage denkt man vor dem Spiel eigentlich nicht. Natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen. Ganz klar ist ein direkter Konkurrent in der Tabelle. Und wir können da auch einen gewissen Abstand dann herstellen zum HSV. Und deswegen wissen wir, wie wichtig das Spiel ist. Und wir wissen auch, dass es gerade für die Fans auch um mehr als die drei Punkte geht. Und deswegen werden wir alles in das Spiel reinlegen und wollen das Spiel gewinnen, ganz klar.